Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sie benötigen Unterstützung bei der Bewältigung Ihres Bauvorhabens? Dann sind Sie im Statikbüro Dr. Pflücke in Dresden bestens aufgehoben. Das Unternehmen hat sich auf Tragwerksplanung und Gutachten rund um Neubauten und denkmalgeschützten Altbauten für Wohngebäude, Gewerbeimmobilien sowie Gesellschaftsbauten spezialisiert. Die Leistungspalette reicht vom Erstentwurf über statische Berechnungen und Ausführungsplanungen bis hin zur kompetenten Bauüberwachung. Dank regelmäßiger Teilnahme an Fachtagungen, Kongressen oder Seminaren ist man hier stets auf dem neuesten Stand der Technik. Bei Ihren Kunden sind Statiker Thorsten Pflücke und sein erfahrenes Team besonders für die hohe Fachkompetenz und Flexibilität bekannt. Statikbüro Dr. Pflücke – Ihr zuverlässiger Partner für Bauprojekte. Bis zum nächsten Mal.